Da kommen sie, in meinem Thorn. Siehst du ihn? Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln. Wenn was passiert, näht ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? So, äh... Was muss ich machen? Was ist dieser Wichser-Boss? Hier, warte ich hier auf Sie. Mach dich bereit. Jetzt heißt es Showtime. Let's go. Es werde Licht. Schnapp dir den Autospitter. Die Fahrerin hat ihn. Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Also ein bunter Haufen. Seht euch um. Sucht jeden Winkel ab. Bin drin. Ruf mich, wenn ihr sie seht. Ich kann alles von hier aufschneiden. Aber ich komm nicht rein. So. Er hat mit dann angeschaltet. Vielleicht irgendwie von oben. Hm. Mal kurz Inventar anschauen. Wie schaut's mit Ruf... Mit Waffen aus? Rucksack. Was ist denn da dabei? Ich brauch Waffen. Okay. Ich hab genügend Schuss. 281 Schuss. Ja, komm. Ist mir jetzt Burscht. Komm. Let's go. Bin aufgeflogen. Scheiße. Gebt ihr Deckung. Jetzt müssen wir sie alle kalt machen. Ja. Na los. Bewegung. Oh. Ich bin tot. War klar. Letzten Checkpoint laden. Okay, die Waffe ist scheißen. Na los. Auf sie. Such nach dem Mädel. Ja, äh. Inventar. Rucksack. Waffen. Power Maschinenpistole. Ja, hier habe ich nur 15 Schuss. Okay, das ist scheiße. Ich will ja ausrüsten und es war 100 Schuss und dann will ich nur was schnelles ausrüsten. Ach, die habe ich ausrüstet. Egal. Ich hab da nur 15 Schuss. Das ist doch scheiße. Ha. Versuchen wir nochmal. Voll drauf ist das neue Schleichen. Also ein bunter Haufen. Bin aufgeflogen. Scheiße. Gebt ihr Deckung. Jetzt müssen wir sie alle kalt machen. Ja. Ja. Alter, was hältst du nur aus? Ja. Ja. Das ist schön. Das ist einfach mal. Ja. 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 So, wo seid ihr? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ich möchte... Bist du tot? Nein. Wo bist du? Fuck. Hau rein, hau... Haha, habt ihr das gesehen? Fuck. Wo ist hier der Letzte? Guck, guck. Oh, das war das i-Tüpfelchen. Packen wir unseren Kram. Okay. Warte im Wagen auf mich. Ja, 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 jetzt stresst mich mal nicht. Warte im Wagen auf mich, da liegt überall Zeug rum. Schau dir das an, was da alles rumliegt. Das ist zu viel in deinem Inventar. Inventar. Rucksack. Ich habe echt zu viel in meinem Inventar. Inventar. Äh... Item zerlegen. Was bringt mein Item zerlegen? Ha. Ungewöhnlich. Das war der Scheiß-Ding. Ja, nehme die mal. Anstatt der. An die zerlege ich. Okay. Keine Ahnung. Ungewöhnlich. Mach mal. Stopp. Okay. Wo liegt hier nur Zeug. Hier liegt überall nur Sachen. Ja. Bist du das? Das ist dein Kart, ey. Echt jetzt? Bin ja da. Okay, steig in den Wagen.